Musik Als ich wieder angerufen wurde, habe ich geglaubt, dass ich so ultra cool bin. Da will ich mich auch verwaschen. Für so einen kleinen Wirt ist ja das große Ereignis. Das habe ich auch immer mein Lieber durch das. Musik Es sind die Rahmenbedingungen einfach viel komplizierter. Obwohl viel kleiner und überschaubarer ist es trotzdem viel mehr Arbeit für alle Beteiligten. Sowas wie eine Backstage-Situation, Garderoben, gibt es überhaupt nicht. Das heißt, du bist immer ganz gedrängt. Und wenn man das mit dem Skifahren vergleicht, dann ist das Freeriden. Man ist mehr auf Augenhöhe mit dem Publikum. Im wahrsten Sinne des Wortes, was auch was ausmacht. Weil wenn du auf einer großen Bühne hoch oben bist, dann ist das irgendwie alles Respekteinflüsse. Und wenn du dann auch nur ein Showlicht hast, das dunkel wird und sich verfärbt, das verzaubert die Leute automatisch. In einem Wirtshaus musst du den ganzen Zauber du selber machen. Goyan 望 5000 Ska